Ich bin halt doch eine Festung. Eine Festung des Glaubens. Wollen wir installieren den nächsten Turm? Über den Flaggenpunkt rüber rein? Ja, können wir machen. Ich bin am Hexenmeister dran. Und dann... Oh, jetzt kommen welche. 4,9k Autohit, Chris. Von wem denn das? Von dem Krieger. Scheiße, ich dachte, ich hätte Handelsschutz gehabt. Ich will nochmal gucken, welches... Kombination, das war... Mitte, Handelsschutz... Ach, Steuerung, Klick, dann habe ich Handauflegen gemacht. Shit. Wer bist hier? Jetzt fahre ich ihn. Oh, Fido, Fido. Dann können sie da. Also ich bin nur reingegangen und hab ein bisschen Action gemacht, ich bin auf Insta mal 2,5k AP bei Followern, aber alles ok, ich komm wieder runter, Vogue ist an mir ein bisschen was, ich hab das gemacht, ich hab das gemacht, ich hab das gemacht, ich hab das Oh yeah, oh yeah, oh man, da muss ich mich helfen, you guys. Nee, das ist nicht der wertvollste Spiel. Der mit Schmacken ist doch immer noch einfacher als zu helfen. Ach! Ja. Das ist für mich, Baby. Das ist für mich. So, so, so. Wieder ein Enemy? Ja. Oh yeah, Baby, oh yeah, Baby. Let's how we play, you guys. Ich versuche weiter, mein Glück, um so eine Milz zu finden. Du jägst auch die... Pölfelsfeuer, die... die... die Milz holen. Ja. Ich habe eine Koala. Okay. Dann suche die Asche, Scooby, bei mir ist hier welche. Meine Stimme sagt, ich soll die Asche suchen. Meine Stimme sagt, ja. Vielleicht möchte deine Stimme mal den Mund halten. So, you guys. Hier sind wenig Wildtiere, so wie ich das im Blick erhasche. Wir sind voll viele. Bist du denn im Asche gehen? Ich fliege gerade schon, also... Ich habe mich eigentlich gelogen. Aber aus der Richtung, wo ich komme, sollst du dein Wild finden. Wer schickt dich? Ich... Ich habe da mal so eine Stimme gehört, ne? So soll es wohl das Schicksal sein. Uh, das ging schnell. Ich will mein Schicksal selbst. Ich kann meine Sterne neu ordnen. Ich schummel mir mal in Bitterlemon. Ich kann meine Stimme sagen, ich kann meine Stimme nicht mehr machen. Ich kann meine Stimme mal in Bitterlemon. Vielen Dank. Oh, Laser Gales, ja auch schon wieder. Diese geren Narben brennen sich immer in dein Gehirn ein, oder? Weil ich ja Angst davor habe. Ich verstehe. Ich weiß ja nie, welchen Weg Scooby's Hände einschlagen. What were you? Damn, damn, damn. Erneut soll es eine hübsche Schlacht in diesem Landen geben. Ja, hört auf den Mann. Hört, hört. Bei mir ist das Bier billig. Ratten? Ich weiß nicht, zwei noch ratten. Und erneut öffnen wir das Tor. Eins. Und gönnt ihr den Allianz. Wer selektet Microsoft-Zerm is your computer's default voice. Dann hat man sieht ja von uns den Standard-Opener, Lumberjack Mansion, wie wir es gerne nennen. Jo. Mit einer pahler Kreuzfahrer-Aura könnte man ein bisschen Glück den Vorteil hier erhaschen. Schütz mich, edler Ritter. Und mein heiliges Licht sei dir sicher. Ich hab umgefleckt. Ja. You guys. Schmiede schaffen unsere Leute, glaub ich. Ja, das sieht so aus vom Kräfteverseidnis. Ich hab' er's gefasst. Sie kommen in großer Zahl. Ja, große Zahl. Ein göttlicher Schild gibt mir Schutz. Oh, Giu-Giu-Ci, I hate you so much. Die hätten auf dem Wulsch-Wulsch-Spiel hingezogen. Mit dem Spielpark. Ich hab so einen Hund hier an der Backe. Problem hat den Tierhalter ermordet. Die Tierhalterhaftung ist übrigens vermutete Verschuldung. Ist ein Gefährdungsdelikt. Ja. Ja. Ich sag nichts dazu. Ich hab' den Wurken am Schild. Jetzt aber zerfetzt, ne? Ein großer Zahl, Skibi. Große Zahl. Ja, ja. Große Zahl. Boah. We're pruning so hard. So hard. Oh. Oh. Woah, woah, woah. Der Konfer ist fast. Woah, Bamiya. I think it's done. Und da. Oh nein. Todesrider ist da. Man will's nicht glauben, aber wenn man so einen Todesrider verliert, ist schon ein Verlust. Jupp. Ich muss da auf die Anhöhe kommen. Charge sie. Exorzismus. Hand auflegen, habt ihr noch abgelegt seid? Oh, fucker. 14 Sekunden, weißt du? Ach, bei 10 Minuten, was ist das für ein scheiß Timing? Oh nein. Haben wir denn 13k Bier? Ja, Mann, vielleicht haben wir das komplette PvP-Grafik. Ich bin noch mal lebend davon gekommen. Wo bist du? Ich spawn eine Schmiede. Mein Körper wurde neu beseelt. Skrub, ich halte dich. Ich habe im Row keine Bange. Dein Gift rafft mich da hin. Skrub, bist du denn da? Ja, bitte, bitte hilf mich, bitte, bitte. Bitte. Oh, danke. Ah, hier ist er wieder. Skrub, nur die guten Sterben, Jungen. Ja. Oh nein, nicht Schmiede. So gehe ich. Oh, und wenn du, geh... An der Schmiede sollst du mich finden. Triff mich, wenn der kleine Wagen den Bären küsst. Ich weiß, wir sind ja nicht bei den Cherokees. Wir sind doch nicht im Soft-Porno. Im Internet. Ja, wo soll man denn über Pornos reden, wenn nicht im Internet? Psst, 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 psst. Noch etwas mehr Geschick. Und eine neue Schnitte wird meine Hand führen. Was soll ich sagen? Ich bin kein Rollenspielfreak. Tapfere Recken begleiten uns. So soll diese Schlacht nicht die letzte sein. Das hoffe ich mir auch. Hoffe ich mir auch, ja. Danke. Ich hoffe nicht zu früh. Laser Gay ist immer echt irgendwo abseits... ...bseits von guten Böse. Ein, ein Motorrad. Ja, das war ein U-Boot. Ist irgendwo ein Rogue auf jeden Fall? Ein U-Boot? Ist das ein U-Boot, ja. Ich seh ihn doch. Ach, nein. Ist nicht gelungen, wenn es in den Minuten geht. Nicht mal zur Flag. Oh, ja. Ich war gar nicht aus der Ring. Ich hatte nur kein Ding. Kein Ding? Kein, wie heißt die denn? Ritterrichturteil. Jetzt muss ich vielleicht trotzdem nirgendwo. All right.